Im heutigen Video erfahrt ihr meinen Geheimtipp. Welches ist die schönste Ecke von ganz Italien? Vor allem für Camper, Minicamper und Wohnmobilisten. Einen wunderschönen guten Morgen hier von der schönen Küste Siziliens. Da ist übrigens Afrika schon. Es ist nicht weit mit dem Boot nach Afrika. Und ich habe richtig gut geschlafen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter um die westliche Küste Siziliens herum, Richtung Norden, Richtung Palermo. Ob ich die Stadt anfahre, das weiß ich noch nicht. Das mache ich ganz nach Gefühl. Ist ja nicht ganz sicher auf den Parkplätzen dort. Dann geht es weiter durch den Norden Siziliens und dann wieder ganz langsam über den Stiefel an der Ostküste wieder zurück Richtung Heimat. Aber das dauert alles. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Zitrönen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Frühstück, Kaffeeabend natürlich auch. Meine Milch mache ich mir immer selbst. Das gibt einen leckeren Schaum. Der Ort ist tatsächlich nur so ein Touristenort. Da gibt es keine Kirche, nichts. Ich hatte überlegt, da hin zu wandern, aber um mir Hotels anzusehen, muss ich jetzt nicht loswandern. So, jetzt gibt es Marmeladenbrötchen. Bisschen verbrannt, macht nichts. Ich war hier noch gar nicht richtig essen. Nur einmal, das ist richtig doof, weil die italienische Küche mag ich total. Aber ich habe halt alles noch, das ist alles noch von zu Hause. Ich brauche hier nicht so viel essen, wie ich geplant hatte. Wahrscheinlich wegen der Hitze. Hilfe! Die sind riesig, da ist noch einer. Äh, Käfer mag ich nicht weh, die krabbeln mich an. Wo ist er? Weg mit dir! Es werden immer mehr. Eins. Zwei, drei. Haben die alle Hunger oder was? Um mal hier ein bisschen mehr Camper-Realität zu zeigen. Jeden Morgen nach dem Frühstück wasche ich ab und mache gleich noch das Auto mit sauber. Hier muss ich noch abtrocknen. Hier habe ich alles ausgewischt. Oben habe ich alles abgewischt. Hier sitze ich ja immer mit den Füßen drauf. Das habe ich auch mal wieder sauber gemacht. Ich verlasse mein Plätzchen jetzt, denn das Wasser ist alle und es geht durch Obstbohrplantagen in den Supermarkt. Lauter Melonenfelder. Um euch mal ein bisschen mehr mitzunehmen in meinem Vanlife-Alltag. Ich war jetzt einkaufen hier bei, sieht man nicht, Euro bin oder so heißt es. Und habe gleich noch Müll weggebracht und alles wieder frisch eingeräumt. Ich brauchte jetzt Platz in der Kühlbox. Darum habe ich Wasser oder ein Getränk rausgenommen und noch ein paar Kleinigkeiten, die sowieso weg müssen. Die snacke ich jetzt während der Fahrt. Und hier ist wieder alles voll mit Wasser aufgefüllt. Jetzt hole ich mir noch ein Cappuccino. Da ist so ein Automat. Mal gucken, ob ich damit klarkomme. Und dann mache ich einen Plan für den Tag. So, sowas nutze ich nämlich auch immer gerne mal. Und was nehmen wir? La De Macchiato. Geld. Jetzt entnehmen. Okay. Oh, geht schlicht mit meiner Hand. So, ich habe lange hin und her überlegt. Ich bin ja im Süden von Sizilien. Und im Norden sind halt schwere Brände gemeldet. Das sagt mir auch mein Navi immer. Wenn ich da langfahren will, muss ich mit Einschränkungen deswegen rechnen. Und jetzt habe ich immer, weil ich will, aber unbedingt an diesen einen Punkt im Norden. Da müsste ich aber an diesen Kreuz, Trapani heißt es glaube ich, Autobahn. Da muss ich unbedingt entlang, egal wo ich langfahre. Und jetzt habe ich mich entschlossen, ich fahre so ein bisschen drumherum. Direkt erstmal nach Trapani. Das ist eine Stunde Fahrt von hier und zwar 60 Kilometer. Und dann fahre ich von dort aus, ist so eine kleine Kurve an diesen nördlichen Zipfel, den ich unbedingt möchte. Und wenn dann noch Zeit ist, fahre ich wieder ein Stück Richtung Messina zurück. Dann habe ich morgen nicht so eine lange Fahrt. Denn morgen fahre ich mit der Fähre wieder zurück aufs Festland. Ich muss sie jetzt mal kurz anhalten. Ich habe euch die Timelapse gerade gezeigt. Es ist wirklich richtig, richtig schön hier. Also eine große Empfehlung, abseits der Autobahn durchs Inland von Sizilien zu fahren. Ich kann ja auch sehen, ob ein Auto kommt demnächst. Also nichts zu wollen. Und ganz hinten, da ist das Meer. Ich bin in Trapani angekommen und schaut mal, hier ist ein riesiger Parkplatz. Und das Lustige ist, das Parkticket kostet 20 Cent. Ich musste mir erstmal genau die Information durchlesen, weil ich es gar nicht glauben konnte. Eine Stunde, 20 Cent. Voll witzig. Und da vorne ist gleich das Meer. Schaut mal, wie türkis es da aussieht. Der Parkplatz ist übrigens super. Ach, der ist direkt da. Also wer ihn verlinkt haben möchte, einfach bei mir melden. Okay, jetzt ist scheinbar Seaweed Season. Eieiei, ich möchte eigentlich auch da rein. Finde ich mega. Schaut mal, der Pavillon hier hinter mir. Das ist alles barrierefrei für Menschen mit Holzspül zum Beispiel, mit Gebehinderung. Und die können hier auch an den Strand gehen. So, jetzt bin ich fresh und jetzt gucke ich mir mal die Stadt an. Das sind übrigens die Strände, die ich bis jetzt gesucht habe. Jetzt musste ich bis in die letzte Ecke von Sizilien fahren, um das zu finden. Ich bin mega begeistert von Trapani. Gut, dass ich tatsächlich noch hierher gefahren bin. Also der Strand alleine schon ist einzigartig in Italien, glaube ich. Aber jetzt geht es in die Altstadt. Google sagt, Trapani hat eine bezaubernde Altstadt. Hier ist einfach ein so viel entspannteres Italien. Von hier aus kannst du mit der Fähre fahren. Hier gibt es so noch ein paar vorgelagerte, kleinere Inseln oder vielleicht auch nach Tunis. Ich muss jetzt einfach mal anhalten. Sieht das nicht genial aus hier? Ich blende euch mal hier ein Foto ein, wo ich genau bin. Hier ist genau das, was ich gesucht habe. Hier stehen sogar überall Wohnmobile rum. Hier sind viele kleine Parkplätze in kleinen Buchten und an offenen Strandstellen. Mega genial. Ich bin jetzt somit am nordwestlichsten Punkt von Sizilien in San Vito lo Capo. Und hier habe ich eine richtig schöne Aussicht. Und tatsächlich ist dort das Meer. Und ein mega Stellplatz für auch große Camper. Ihr seht, da stehen einige Wohnmobile. Wer den Platz markiert haben möchte, schickt mir einfach eine Nachricht. Ich schicke ihn euch dann privat. Ich möchte es einfach nicht veröffentlichen. Hier liegt so viel Müll rum und es sollen einfach auch Geheimtipps bleiben, falls es noch welche sind. Vielleicht gut zu wissen, in der Hauptsaison ist dieser Teil des Platzes privat. Nur dieser Teil des Platzes ist kostenlos. Hier ist so ein Sauna dazwischen. Und wie es in der Nebensaison ist, weiß ich leider nicht. Okay, der Strand ist dann doch nicht so meins. Ich komme mir ein bisschen vor wie an der Coco Cabana. Jetzt gehe ich ein bisschen durchs Zentrum. Es scheint mir super, super, super touristisch zu sein. Ich glaube, heute Abend kann man hier nicht treten. Da sind sie sicher Massen unterwegs. Und trotzdem bekommt man keinen Sitzplatz im Restaurant. Oh, ich liebe das. Oh, hier ist jetzt so ein zentraler Punkt. So eine Art Altstadt, sage ich mal. Jetzt geht doch. Das ist immer Joghurt. Was würdet ihr denn essen? Ich finde diese Angewohnheit merkwürdig, das zu kaufen und sofort hier auszutrinken. Und dann auch noch mitten im Weg stehen zu bleiben. Es ist lange her, dass ich mir ein Eis gegönnt habe, aber das ist sowas von lecker. Also es gibt hier schon richtig coole Locations. Man hier abends draußen sitzt, bestimmt spannend. Hier ist die Speisekarte. Das ist übrigens der Monte Monaco. Was habe ich in Italien inzwischen gelernt? Blaue Parkeinfassungen kostenpflichtig. Weiße Parkplätze kostenlos. So, ich habe mein Plätzchen gefunden. Hier. Also übrigens, das ist überall hier in Italien so, dass es dreckig aussieht. Auf allen Parkplätzen, Straßen und so weiter. Weiß ich auch nicht. Ja, jedenfalls ist das hier mein Parkplatz. Hat euch das Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Wer weiß, wohin es mich noch so verschlägt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020